Hey, du. Ja, du. Es sieht so aus, als hättest du das letzte Nacht krachen lassen. Es tut mir leid, dich bei der Genesung zu stören, aber es wird nun Zeit für unser Neujahrs Binge-Watching. Einige mögen überrascht sein, dass Netflix meins als das erste Gesicht für 2018 ausgewählt hat. Aber das sind dieselben, die Attraktivität nicht mal dann erkennen, wenn sie ihre Häuser abfackelt. Es ist soweit. Du kriegst nun die erste Vorschau für die zweite Staffel von Eine Reihe betrüblicher Ereignisse ab dem 30. März auf Netflix. Cheers. Sobald sie jetzt läuft! Erscheint euch das wie ein Nachtmahn? Denn das ist der Effekt, auf den ich auswahr. Ersch. Wie? Wie?